Hallo lieber Widder und herzlich willkommen zu deinem Karten-Reading für den September 2023. Eine Monatslegung für dich. Wir gucken mal rein, was die Karten dir sagen wollen. Und diese Kartenlegung ist für dich, lieber Widder, wenn du den Widder hast im Sonnzeichen, im Aszendent und oder in deinem Mondzeichen. Oder vielleicht schaust du auf quer für jemanden, der den Widder irgendwo präsent in seinem Chart hat. Herzlich willkommen, ich bin Denise, ich lege dir die Karten und hier fällt auch schon das Thema raus. Das Thema diesen Monats, da dreht es sich um, naja, wie dein Innenleben die äußere Welt bestimmt. Das, was dir passiert, hat immer etwas mit dir zu tun. Es greift immer, naja, logisch ineinander, auch wenn uns die Ergebnisse mal besser, mal schlechter gefallen. Aber statt dich hinzusetzen und zu sagen, warum passiert mir das jetzt, frag dich lieber, was hat das Ganze mit mir zu tun? Das könnte so die Frage des Monats für dich sein. Was hat das Ganze mit mir zu tun? All das, was gut läuft, aber vielleicht auch das, was nicht so gut läuft. Es ist irgendeine Übersetzung von irgendetwas, was du im Inneren machst. So, klingt jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, aber wir gucken mal ins Tarot und gucken mal, ob wir das hier ein bisschen klarer hinbekommen. Ich mach die Kamera schon mal runter, so. So, und dann mischen wir jetzt nochmal unsere Karten und dann gucken wir mal, was wir Buch für den Widder haben. Im September 2022. So. Für den Widder im neuen Widder. Gut, keine Angst. Beim Tod geht es um Transformation. Es geht um Dinge, die zu Ende gehen. Es geht um Dinge, die neu starten. Es geht um neue Lebensabschnitte. Das könnte jetzt in sämtlicher Couleur daherkommen. Heißt aber auch, da, wo du jetzt bist, bist du aufgrund der Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Und diese Entscheidungen, diese Weggabelungen in deinem Leben haben dich auf den Weg geführt, für den du dich entschieden hast und haben dich folgerichtig dahin gebracht, wo du jetzt stehst. Und offensichtlich ist da, ja, aus vielen Wahlmöglichkeiten jetzt mal wieder eine Wahlmöglichkeit da für einen neuen Lebensabschnitt. Was immer das für dich ist, das wirst du selber am besten wissen, womit du dich gerade am meisten auseinandersetzt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, also weder mit den Karten noch mit irgendeiner anderen Methode können wir wirklich in die Zukunft schauen, wie was ausgeht. Aber wisse auch, egal, welche Wahl du als nächstes triffst, welche Entscheidung du als nächstes triffst, du kannst dich nicht irren. Auch wenn wir nicht wissen, wie es ausgeht, wisse, alles dreht sich, ist ja krass, das ist ja immer wieder krass, alles dreht sich aufgrund der Entscheidungen, die du getroffen hast in deinem Leben. Also im Grunde ist es wirklich egal, wie du was entscheidest, es geht nur darum, dass du die Entscheidung triffst und dass du sie auf allen Ebenen trägst. Weil wenn du eine Entscheidung durchdrückst, egal was es ist, es ist wirklich egal, soll ich das oder das machen, eigentlich ist es wurscht. Die Sache ist nur die, du solltest auf allen Körperebenen dahinterstehen. Du solltest diese Entscheidung zu 100% tragen können, auch wenn du nicht weißt, wie es ausgeht, aber dahinterstehen. Weil sonst kannst du Gefahr laufen, dass du dir selber ein Schnippchen schlägst, was nicht so toll ist, weil du mit einer Unsicherheit vorangehst und weil du dann vielleicht zwar sagst, okay, auch gegen den Rat von anderen, ich habe es gemacht, ich behaupte mich, mir ist wurscht, was die anderen mir sagen, ich ziehe das durch, das ist meine Entscheidung, ich mache das. Aber wenn du dann in Zweifel reinkommst, Zweifel, die andere dir erzählt haben, wo du denkst, könnten die nicht doch recht haben, mag ja alles sein, aber dann wird wie so eine Speiche ins Rad des Schicksals reinkommen und es wird nicht so gut laufen, wie du es gerne hättest. Von daher, und die Karten hier drumherum, die sehen mega geil aus, ist hier wirklich der Rat in diesem Monat, was immer du entscheidest, stehe zu 100% dahinter. Nicht nur ein bisschen, nicht nur, naja, aber okay, ich mache es mal. Stehe dahinter. Vielleicht kennst du noch nicht alle Schritte des Weges, vielleicht weißt du noch nicht, wie bestimmte Sachen in den Erfolg geführt werden. Vielleicht ist dir noch ganz, ganz, ganz viel unklar. Es geht erstmal nur darum, die Entscheidung zu treffen und sie auch zu tragen. Ja, okay. Weil dir scheint schon länger der Sinn zu sein, nach einem Neustart, nach einem Neuanfang, nach einer Veränderung, die vielleicht auch dich erst nochmal in so eine Lebenssituation reinbringt, wo du denkst so, oh mein Gott, das ist echt neu und ich kenne mich damit nicht gut aus. Ich habe es vielleicht so oder so ähnlich schon öfter gemacht, aber es ist jetzt schon wieder neu. Und neu ist aufregend und toll und neu heißt aber auch, ich kenne mich in vielen Sachen noch nicht so aus. Ich muss mich da erstmal reinruckeln. Und dein Kopf weiß das auch, ne? Wir haben ja die Karte, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Gut, den wir Weile haben. Man muss halt üben, üben, üben dranbleiben. Vielleicht gibt es viel zu organisieren für das, was du vorhast. Oder man muss sich da erstmal reinfuchsen. Sagen wir mal, wenn jetzt ein neuer Job ansteht, dann, oder ist ja wohl Spaß, aber sagen wir mal, wenn jetzt ein neuer Job ansteht und du wechselst von einer Firma an die nächste, vielleicht ist dein Aufgabengebiet sehr, sehr ähnlich. Der Job ist nicht anders, aber alles drumherum ist anders. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Da muss man sich erstmal reinfuchsen. Oder vielleicht steht auch ein Umzug an. Und dann, ja, vielleicht bist du in deinem Leben schon mehr als einmal umgezogen. Also du weißt theoretisch, wie das geht, hast du es schon mehrmals gemacht. Aber da hängt halt auch viel mit dran, dieses Organisieren und Ummelden und Anmelden. Und wo ist der nächste Supermarkt? Wo gehe ich denn jetzt zum Arzt? Wo ist denn dieses? Wo ist denn jenes? Also da ist halt immer so ein Rattenschwanz mit dran, das weißt du auch. Und du weißt aber auch, ich habe das schon mehrmals gemacht, ich kann das. Also dieses tiefe Vertrauen, das hast du. Und von daher noch einmal mehr und noch einmal wichtiger. Lass dich nicht in eine Zweifelschleife verführen in diesem Monat. Aufgrund der Entscheidung, die du getroffen hast, nur weil andere Menschen Bedenken haben. Die müssen dein Leben ja nicht leben. Für dich fühlt sich alles ganz wunderbar, solange du auf allen inneren Ebenen klar ausgerichtet bist und klar hinter deiner Entscheidung stehst. Niemand anderes muss dich unterstützen. Niemand anderes muss deine eigene Entscheidung tragen. Aber du selber solltest es tun. In deinem Geiste, in deiner Emotionalität und in deinem körperlichen Ausrichten. Da geht es für mich lang. Auf allen Ebenen. Und dann geht das richtig, richtig fein für dich aus. Es wird ruckelig und doof, wenn du ins Zweifeln kommen solltest. Und natürlich sitzen wir auch mal da und sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wen ich fragen soll. Wer könnte sich jetzt damit auskennen? Diese Art von Zweifeln meine ich nicht. Sondern ich meine, diese urinnere Überzeugung von, wird schon. Aber ich will das jetzt machen. Ich will das jetzt durchziehen. In der Zukunft liegt der König der Schwerter. Also auch jemand, der hinter seinen Entscheidungen steht. Und der sagt, die müssen nicht jedem schmecken. Die müssen nur mir schmecken. Also hier hast du auch noch mal zum Ende des Monats hin, dich liegen als König der Schwerter, der dir eben genau das selber sagt. Dein Zukunfts-Ich wendet sich an dein vergangenes Ich. Und sagt, die Entscheidung, die du hier getroffen hast, die ist goldrichtig, lieber Vida. Die ist goldrichtig. Und selbst wenn du zweifeln solltest, wir lassen uns das nicht anmerken. Wir wissen, wo wir hinwollen. Und wir folgen diesem Ziel stringent. Ganz stringent. In absoluter Klarheit. Und wir vertrauen darauf, es fühlt sich richtig an. Es denkt sich richtig. Also ist es auch richtig. Wir machen das jetzt. Und ähnlich wie hier in den zwei Karten, auch wenn wir nicht genau wissen, wie es wird, aber wir wissen, es steht an und wir wissen, es ist richtig. Die Veränderung steht an, was immer das auch ist. Mehr müssen wir nicht wissen. Wir müssen uns jetzt nur entscheiden für, machen wir das so oder machen wir das so. Und das reicht. Mehr Entscheidungsgewalt brauchen wir gerade nicht. Wir treffen die Entscheidung und dann gehen wir voran und setzen alles dran, dass es klappt. Das ist deine Botschaft für diesen Monat lieber wieder. Jetzt gucken wir mal, welches Krafttier dich begleitet. Und vielleicht magst du ja mal in die Kommentare schreiben, um was für eine Art Entscheidung das hier gehen könnte. Was steht denn da bei dir an? Vielleicht magst du es ja mit uns teilen. Wir haben das Eichhörnchen. Glaube an dich. Da haben wir es nochmal. Es muss dich niemand unterstützen. Es muss niemand deine Entscheidung mittragen. Aber du solltest sie zu 100 Prozent tragen. Das ist alles. Das ist alles. Und ein Eichhörnchen ist ja auch ein sehr fröhliches Tier. Also hab Spaß. Und der Narr ja auch. Hab Spaß bei dem, was du da tust. Es ist neu. Es ist aufregend. Es ist, ja, manchmal wird man auch nicht wissen, wie geht es jetzt? Wie muss ich das machen? Aber dann kennst du garantiert auch jemanden, den du fragen kannst. Aber hab Spaß bei diesem Abenteuer, das jetzt ansteht. Es sieht wirklich aus, als gehst du auf Abenteuerreise. Also genießt es auch. Und lass dich überraschen. Und man kann nicht immer alles im Voraus planen. Geht gar nicht. Ja? Hier. Meine Produktivität kommt oder nährt sich aus meiner Inspiration. Wenn ich mich auf das konzentriere oder fokussiere, was mir Freude bringt, dann werden alle Herausforderungen einfach ganz easy peasy. Ja? Und das meine ich damit. Hab Spaß. Hab Abenteuer. Erleb was. Dann kannst du später tolle Geschichten erzählen. Und ich bin total in Verbundenheit mit dem Fluss des Lebens. Yay. Was für dich jetzt ansteht, muss kein anderer verstehen. Hauptsache, du verstehst dich selbst, lieber Wida. So, ich drücke mal kurz auf Pause. Räume ab, damit wir da nochmal in die einzelnen Wochen des Septembers für dich reinschauen können. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Dann gucken wir uns mal an, was wir für dich noch in den einzelnen Wochen haben. Da wieder. Übrigens, wenn du das Kartenlegen selber erlernen möchtest, ich habe zwei Videokurse für dich. Einmal Kartenlegen mit Orakelkarten und einmal Kartenlegen mit Tarotkarten. Ich verlinke dir die hier am Ende des Videos, beziehungsweise auch unten in der Infobox. Vielleicht hast du ja mal Lust für dich und für andere Karten zu legen, statt immer nur Videos zu gucken. Dann kannst du das mit meinen Kursen sehr, sehr gerne erlernen. Und am 24. September startet auch wieder ein Schnuppertag ins systemische Aufstellen. Wenn du da Lust drauf hast, mal reinzuschnuppern. Wie komme ich an die Antworten in mir? Alle sagen immer, alle Antworten sind in mir, aber wo denn nur? Oder wie kann ich denn die Perspektive wechseln auf eine Situation, dass ich den Wald vor lauter Bäumen dann doch auch nochmal erkennen kann? Da zeige ich dir, wie das geht. Und dann probieren wir uns da so einen Tag lang miteinander aus. Danach kannst du für dich selbst, aber auch für andere schon kleinere Aufstellungen durchführen. Auch hier alle Infos unten in der Infobox. So, hier geht es darum, zu erkennen, was nicht deins ist. Und jetzt heißt die Karte hier, Fools Embrace, Transmuting Pain. Also ich würde das nochmal in Verbindung bringen mit dem Hauptreading, wo ich gesagt habe, was andere denken, das ist scheißegal. Und das bestätigt das hier nochmal. Pass auf, dass du dir nicht was auflädst, was nicht deins ist. Was andere denken über dich und dein Leben, geht dich nichts an. Was andere dir raten, schon gar nicht, wenn du sie um Rat gebeten hast, geht dich nichts an. Was andere dir versuchen einzureden, sind deren Beschränkungen und Begrenzungen, nicht deine. Bei dir geht es darum, zu dir zu stehen, zu deiner Entscheidung zu stehen und dein Ding durchzuziehen. Und dieses, nimm dir nicht Energien, Gedanken und was auch immer, innere Zwänge von anderen an, das ist nicht deins. Lerne das eine vom anderen zu unterscheiden. Wenn du mal Lust hast auf ein Human Design Reading, guck mal auf meine Homepage, unter meinen Shop. Dann können wir mal reinschauen, was bei dir so die Fallstricke sind, wo du dich schnell auf was einlässt, was andere dir einreden wollen, wo da so die Fallstricke sind, dass dir das vielleicht ein bisschen klarer ist. Dann haben wir hier Verbundenheit. Wie schön ist das denn? Zweimal Verbundenheit. Wir haben einmal die Seelenverwandte-Karte, die Seelenpartnerschaft. Und wir haben aber auch hier dieses Netz, das sich spannt, diese Verbundenheit. Und wisse, wer dir guter Ratgeber ist. Wisse auch, wer es nicht ist. Also nimm nur das von Menschen an, die dir wirklich nahe sind. Und der eine oder andere, vielleicht steht auch eine Liebe ins Haus oder eine tiefere Verbundenheit. Ja, ob du jetzt jemanden neu kennenlernst oder mit jemandem, mit dem du schon eng zusammen bist, da die nächsten Schritte anstehen. Das könnte auch sein. Ja, ist ja auch eine Veränderung im Leben. Es könnte aber auch einfach generell darum gehen, eben dieses Erkennen von, wer ist Teil meiner Seelenfamilie und wer ist es halt nicht mehr. Der September ist ja auch ein Monat zum Ausmisten. Ja, so wie den Frühjahrsputz, da haben wir auch den Herbstputz. Das steht im September an. Und da könntest du natürlich auch mal reinschauen, wer darf noch weiter mit mir gehen und wer nicht. Also könnt ihr jetzt so in alle Richtungen hingehen, die zweite Woche. Woche Nummer drei. Es geht um Versöhnung und auch nochmal aussortieren. Also vielleicht auch mit Liebe gehen lassen. Auch hier kannst du nochmal schauen, wo geht es darum, wirklich hinzuschauen, wer ist es eben nicht mehr. Wer nimmt sich heraus und meine Energie reinpfuschen zu dürfen, was ich nicht mehr in Ordnung finde. Und da muss man gar nicht irgendwie wild irgendwie um sich schlagen, aber eben doch sagen, okay, bestimmte Leute sind einfach nicht mehr Teil meines Weges. Also das scheint sich hier nochmal zu bestätigen, dass das so ein Thema für dich ist. Das haben wir jetzt mehr oder weniger hier dreimal nacheinander liegen. Also das scheint so ein Monat für dich zu sein. Das war unabhängig vom Hauptreading oder vielleicht auch in Kombination mit den Botschaften da, hier nochmal ein weiteres Thema für dich haben. Und dann kommen aber auch Überraschungen zu dir am Ende des Monats, Überraschungen, die dir Kraft bringen, die dir Erleuchtung bringen, die dir Antworten bringen, die dich in deine Kraft bringen. Botschaften, Überraschungen. Vielleicht meldet sich auch jemand, der dir hilft, der dich unterstützt, der vielleicht, ja, kommt auch eine richtige Person auf einmal in dein Leben, wo du immer eine Frage hattest zum Thema XYZ. Und das löst sich jetzt darüber auf. Also halt mal die Augen und Ohren offen, was da Überraschendes nochmal sein könnte. Auf jeden Fall kriegst du hier einen richtigen Kraftschwung, Kraftboost. Aufgrund von etwas, was, ja, einfach zur rechten Zeit am rechten Ort ist oder du bist zur rechten Zeit am rechten Ort, um das erleben zu können oder annehmen zu können. Ja, lieber Willa, das war die Botschaft für dich im September. Ich danke dir fürs Einschalten. Bitte klick auf Gefällt mir, abonniere meinen Kanal, wenn du es nicht schon getan hast oder kommentiere auch. Und wenn es nur ein Herzchen ist, ein Smiley. Aber mich interessiert natürlich auch, was für Veränderungen stehen da bei dir an. Das unterstützt mich hier ganz doll, um meinen Kanal weiter auf- und auszubauen. Das ist für dich eine schöne Möglichkeit, um Danke zu sagen für meine Arbeit. Also auf Gefällt mir klicken, kommentieren, abonnieren. Wenn dir total gut gefällt, was ich hier auf YouTube mache, du findest auch unten in der Infobox einen Spendenlink zu meinem PayPal-Konto. Dann freue ich mich, wenn du mir Trinkgeld dalässt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an alle, die es schon getan haben. Ich freue mich riesig auch immer über eure lieben Nachrichten, die ihr mir dazu schreibt. Danke, danke, danke. Und dann wünsche ich dir einfach einen tollen weiteren Weg, lieber wieder einen tollen September. Bis zum nächsten Mal, deine Denise. Untertitelung des ZDF, 2020